Okay, Leute, wir spielen jetzt mit dem Ligaboo Among Us, oder ist das schon alle? Wir sind gemutet, wie es alle anderen YouTuber auch immer machen, weil ich kopiere den alles. Guck mal, ich pinne sogar Orange, ein Paluten. Ich pinne einfach der Echte. Nein, bin ich nicht. Orange ist einfach meine Lieblingsfarbe. Also, ich hab Among Us jetzt seit ein paar Tagen, aha, da ist der Ligaboo. Wir spielen mit niemandem anderen, wir spielen Public, deswegen sind auch gerade so viele Leute gelieft. Du bist einfach gelieft. Ja, ich wurde gekriegt. Also, ich wurde einfach rausgeworfen. Auch cool, ne? Ja, ich war ein Poster. Ah, nice. Schade. So, machen wir natürlich direkt hier unsere Tasks. Ähm, ich glaube, kaum einer von euch. Ups. Oh, Alter. Oh mein Gott, was? What the fuck, Junge, was war das? Keine Ahnung. Warst du auch da? Cafeteria. Wieso lieben so viele? Menno, hört auf zu lieben. Blackboy, auch nana. Stackel, Annie, whatever. Es sind nur zwei tot, einer ist gelieft. Okay. Ist das nur zwei? Ich hab gerade Double Kill gemacht. Mann, ich wollte gerade noch erklären. Aber egal. Dann sind wir halt direkt in der Besprechung. Warum auch nicht? Stackel, blablabla, he was next to yellow. Yellow ist tot. Waren ganz viele. Ich war da, du warst, glaube ich, auch da. Ja. Ich wollte gerade reporten, weil ich die Leiche gesehen habe. I was in Upper Engine. Irgendjemand, der da gewesen ist, muss es gewesen sein, ne? Er war noch da. Skip vote, vote, vote. Ja, ich hab geskippt. Skip. Skip. Ja, Leute, wir spielen Public. Weil wir keine Freunde haben. Nein, vielleicht können wir ja irgendwann mal ein paar Leute zusammentreiben. Irgendwann, Leute. Irgendwann haben wir zehn Freunde. Das ist so cool. In drei Jahren. In drei Jahren. Wenn wir 20.000 Abonnenten haben und alle nur mit uns spielen, weil wir viele Abonnenten haben. Du hast zehn. LOL. Okay. Warum haben so viele SVD gebotet? Also zwei. Zwei, ja. Das sind ja nicht viele. Okay, Leute, da sind wir wieder. Das Licht ist gerade aus. Ich wollte gerade noch hier ein bisschen erklären. Halt Among Us. Ich glaube, ihr kennt das Spiel. Es gibt halt zwei Imposter und die müssen halt alle töten. Und während diesen Meetings, die wir da gerade hatten, müssen die halt so gut wie möglich lügen und uns auf andere schieben. Denn die wollen natürlich nicht entdeckt werden. Und deren Ziel ist es halt, alle umzubringen. Und wir müssen halt hier diese Aufgaben machen, die so mit diesen Ausrufezeichen und gelb markiert sind. Hier haben wir auch so einen Balken, der uns anzeigt, wie weit wir mit unseren Tasks sind. Da ist doch was in Communications. Und wenn wir den Fall haben, heißt, wenn alle Crewmates, die unschuldigen, das geschafft haben, ihre Tasks, dann haben wir auch gewonnen. Und in dieser Runde haben wir halt zwei Imposter, der in der Liga-Buch hostet gerade. Und ja, wir müssen dann halt alle erwischen. Und wenn wir die alle haben, dann haben wir gewonnen. Und es ist wahrscheinlich, dass wir gewinnen. Denn die Imposter gewinnt tatsächlich sehr selten. Okay, so selten auch wieder nicht, aber nicht so häufig. Report? Elektriker, what the fuck? Der ist gelieft. Ach komm! Warum lief man denn einfach so? Da finde ich einfach mal so eine Leiche in Elektriker. Ach man. Was war das denn für eine Runde? Ich habe gerade noch gesagt, dass die Imposter unwahrscheinlicherweise gewinnen. Und jetzt kommt das. Kann es sein, dass zwei Imposter ein bisschen zu viel sind? Ich gehe jetzt erstmal direkt in Weapons rein. Oh, ich hasse diese Aufgabe. Ich bin so schlecht in der... Frick! Nein, 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 nein! Sorry, wenn jemand eine Maus hört. Kann man das Spiel denn mit Controllers spielen? Das wäre witzig. Ich hoffe, die Sounds sind nicht zu laut. Oh, Liga-Booste gerade auch gerade. So, yay, ich habe es geschafft. Äh, ja, ich gehe einfach mal runter zu Shields. Der Junge folgt mir einfach. So. Wir gehen in Shields, machen die Schildaufgabe. Das ist nämlich die leichteste, die es gibt. Wir wechseln vielleicht gleich mal die Map. Ach man, wehe, der Junge ist wieder Imposter. Dann haue ich ihn. Oh, ich bin tot, dann kann ich ihn nicht hauen. Alter, first try! Ich bin ein richtiger Profi. So, dann mal ab in Electrical. Oh, der erfolgt mir. Hilfe, ich habe Angst. Hilfe! Electrical. Ähm, der ist gerade rausgekommen. Ich glaube, Brr, right. Self-Report! Ja, dann ist es braun und rot. Ich habe ihn nicht gekillt, ich bin gerade reingegangen. Du bist mir gefolgt. Ich habe es aber nicht gesehen. Oh, Menno. Ach komm, Vic! Warum wollten alle den armen Vic? Keine Ahnung, Alter. Menno, der Arme. No one was ejected. Okay, Leute, dann gehen wir nochmal nach Electrical. Hat ja gerade schon so gut geklappt. Da ist Bra. Ey, Bra, ne? Wenn du es bist, ne? Dann haue ich dich. Okay, mache ich nochmal eine Task hier. Download. Aber Bra sieht mir ein bisschen unschuldig aus. War halt keine gute Ausrede, sozusagen. Ich habe ihn nicht gesehen. Also kann es tatsächlich sein, dass er einfach neu ist und nicht wusste, wie es geht oder so. Oh, hi, Teletubby. Was die Leute für Namen hier zur Übersicht haben. Das Blöde ist, wenn man natürlich einmal jemanden mit einem Scheiß-Namen hat, kann man die Aufnahme nicht benutzen. Weil YouTube sich dann denkt, ha ha ha, nö, das schlagen mir niemandem vor. Okay, ich habe all meine Aufgaben gemacht. Das heißt, ich renne jetzt einfach mal durch die Gegend und zuplode das Liga-Buch. Hallo, ich folge dir. Hallo. Na, willst du wenden? Nein, ich glaube nicht, dass er wieder im Poster ist. Also, Bra. Oder, Bra. Wie auch immer man das aussprechen soll. Ich folge dir, Liga-Buch. Bitte, Warte. Hallo. Ich gehe mal hier an die Kameras. Da ist Liga-Buch. Da ist Noun. Aber sonst jemand anderes. Leute, ich bin neu an Among Us. Ich habe das jetzt um die zwei Stunden erst gespielt. Deswegen bitte sag, nee, ich bin mit mir, wenn ich scheiße bin. Okay. Wer hat reportet? Wo lag die? Where? Purple. Okay, er sah das Purple. Puh. Okay, ich sag, ich, 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 ich wohl für Purple. Ich, ich vertraue, ich, ich vertraue, Weiß. Der, der, der ist Ninja. Wenn es, äh, die da nicht ist. Wenn es er nicht ist, dann ist es, er weiß. Der hat eine Hohner Pro. Bitte, sag die Wahrheit. Ich habe auch an meinem Tag-Sketch schon gemacht. Bitte, 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 bitte. Ja. Nice. Nice, Alter. Danke, Weiß. Ah. Oh Gott, ich kann das nicht nachmachen. Warum werde ich nie Impostor? Ich will auch mal Impostor werden. Ich war in meinem Leben, glaube ich, einmal Impostor. Und ich spiele diese Spiel jetzt schon, wie gesagt, seit zwei Stunden. Hey, Dude. So, ja. Die leichteste Aufgabe der Welt. Dann runter zu Admin. Beziehungsweise runter ist es jetzt auch wieder nicht. Oh, hi. Hey, Bro. Was geht ab? Hi. Hey, Lil. Lail. Diese Aufgabe. Ich hasse es. Okay. Hey, wer hat die gefunden? Noun. Weiß. Kann man gerade eben. Where? Bra hat auch gefragt. Nice. Lil left the game. Der ist mir gerade gefolgt. Das heißt, jetzt. Auch nicht. Der hat den ich gedacht habe. Hm? Where? Hallo, Noun. Du hast ihn reportet. You reported him. Ähm. Sorry, wenn ihr meine Tastatur zu laut hört, Lotte. Junge, ich rube den Jungen jetzt gleich. Ich höre mich gar nicht. Ich höre mich gar nicht. Noun, du reportest. Es ist nicht Noun. Ja, sorry. Aber wenn der... Ich habe das Gefühl, der hat gerade aus Versehen reportet und sieht jetzt gerade die ganze in einer Ausrede. I think skip. I don't get it. Warum getest du das nicht? Ich, ich, ich skippe. Ich vertraue. Ich vertraue ihm. Mann, wieso bautest du für dich selbst? Ist das ungesund? Ja, ich bin's. Ungesundes Mindset. Okay, wir haben jetzt noch die Aufgabe in Admin, die wir gerade nicht machen konnten. Die mit den Karten. So, brah, bitte. Ich vertraue dir. Ich habe dich gerade schon zu Unrecht beschuldigt, also bin ich nett zu dir. Ach, der steht da rum und macht seine Aufgaben. You don't need to wait. Aha. Ich muss einfach nur... Habe ich Zeitdruck? Ich weiß es nicht. Medbay, inspect, sample. Oder ist das jetzt einfach nur... Der Countdown, bis dieser Kaffee oder was auch immer fertig ist. Kaffee wird das wahrscheinlich eigentlich nicht sein. Wirklich, electrical ist so die beliebteste Stelle, um Kills zu machen. Dann gehe ich nochmal nach Security. Denn, ups. Sorry, Leute. Ich gucke die ganze Zeit auf die Karte und da bewege ich mich nicht richtig. So, da ist der Ligaboo. Wow, schwerste Aufgabe der Welt auf jeden Fall. Dann ab zurück nach Medbay. Da ist Bra. Bitte, bring jetzt nicht Ligaboo um. Es ist noch keiner von uns gestorben, fällt mir gerade auf. Also, keiner von uns beiden. Select Anomaly. Oh, okay. Okay, ich habe all meine Aufgaben gemacht. Und die anderen anscheinend auch fast. Hallo. Was geht ab? Ich komme mal zu dir. Falls da überhaupt jemand steht. Ja. Haben mich jetzt beide da rumtanzen sehen, oder was? Wie peinlich, Menno. Leute, macht eure Aufgaben, bitte. Wir wollen das doch gewinnen. Ich mache meine Aufgaben immer so schnell. Ja, ja. Au. Frick. Okay. Er kann sich entvoten. Entmuten. Ach, er ist sogar entmutet. Okay. Ich meine, ich bin mutet, Leute. Er hört mich nicht. I saw a camera. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Noun. Meine Vermutung, Leute. Ich habe schon gesagt, dass, ähm... Er würde einfach in der Kamera gekillt. Ja, nice. Junge, ich habe doch gerade schon meine Vermutung geäußert. Der hat ihn aus Versehen reportet. Nice.